Leute, wer möchte anfangen? Also ich will jetzt einfach der Fairness halber, möchte ich einmal eine Umfrage starten hier im Chat, ja? Sind wir zu überempfindlich mit diesem Bann umgegangen? Nein, oder? Dementsprechend, was zur Hölle denkt sich Bürgerbrot05? Och Mann, also ich würde am liebsten immer gerne vermuten, dass die Leute es wirklich nicht besser wissen. Ja,